von nun an gibt es noch wieder den und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar ist diesmal wieder eine runde von den luckyblocks oder mit den luckyblocks und mit dabei ist der erik ja hi hi genau leute wir sind wieder zurück bei den luckyblocks mir geht es gut übrigens wie geht es euch leute schreibt es mal rein wir sind wieder zurück bei den luckyblocks und zwar seht ihr es leute wie viele luckyblocks sind hier denn am start leute das kann doch überhaupt nicht fit gehen wir haben nämlich hier die ganze luckyblocks arena hier durch luckyblocks gestalten oder mit luckyblocks gestalten sind hier die omega luckyblocks dabei die spyro luckyblocks die tro luckyblocks die pink luckyblocks und dann noch den astral luckyblock und die werden wir jetzt fünf minuten lang öffnen und danach noch ein battle der extra klasse starten leute also um genau zu sein sind es hier 22.344 luckyblocks nein das ist gar nicht richtig ich muss dich jetzt umdrehen dafür das stimmt zwar nicht aber so in dem rahmen ist das bestimmt so genau eric genau reden sie mal bitte kein aber warte ich zähle ich zähle hier alle luckyblocks ok komm wir zählen jetzt 1 2 3 ne ich zähle ich zähle nochmal von vorne ok nein jetzt habe ich mich verzählt manno soweit 222.000 jetzt habe ich mich verzählt das mache ich nochmal von vorne ok ich würde sagen jetzt geht's los ähm stellst du den timer fünf minuten ok ich stelle den timer oh gott das wird das absolute chaos also lasst ihm nur einen like oh nein es wird so schlimm ich schrei ins mikrofon leute ich schrei ins mikrofon auch wenn es rein schreibt ich schrei trotzdem weiter ok jetzt geht's los 5 minuten ich wacke einfach weiter ok ok wenn ihr mehr davon sehen wollt lasst auf jeden fall einen like ich würde sagen bei 3000 likes gibt's direkt die nächste folge von luckyblocks filling wird bestimmt richtig nice ok jetzt geht's los bei mir gibt's übrigens heute auch ne folge aber ich würde sagen jetzt quatschen wir gar nicht mehr so lange und es geht los dann 3 3 2 1 los los geht's ok ich öffne erstmal die astral dinge und wir öffnen auch nicht so überschnell weil oh nein wir öffnen auch nicht so überschnell weil sonst fängt es an zu lagern ist ja natürlich auch nicht so geil ja das stimmt oh eine loot chest lumberjack und die kostet einfach 2 oh nein ich bin der indianer jones mann ich bin der indianer jones nun lieber bunny oh gott nein irgendwelche komischen monster ok er ich habe wieder diese über lange waffe kennst du die star slicer guck mal er nein alter bailalulala okay aber ich darf da nicht so rumrennen ich muss luckyblocks öffnen und ich renne zu wild herum so ok bam ok wir öffnen aber jetzt nicht so überschnell würde ich sagen ja ok immer noch ganz normal so oh gott oh nein oh natürlich schon ein bisschen schneller als normalerweise normalerweise muss man die erstmal hinsetzen oh gott was passiert hier diamanten yay okay leute Es ist auf jeden Fall ziemlich trash Muss man auf jeden Fall sagen Oh Gott, oh Gott Leute, oh Gott Also heute kommt auch wieder um 14.30 Uhr Eine weitere Folge von Minecraft Exodus Deswegen schaltet ihr auf jeden Fall ein Ist natürlich klar, weil Samstag und Sonntag Kommt ja eh immer zwei Videos Pro Tag Und ich hab auch bald geplant, also wenn ich noch ein weiteres festes Projekt Hab, wo ich dann gerade plane Will ich dann auch zwei Videos pro Tag Hochladen, also wirklich dann fest Jeden Tag zwei Videos Ich steck fest hier, ich steck mit dir fest Okay, ich geh mich lieber Nein, geh weg Ich hab mich rausgebaut Nein, ich steck immer noch fest Okay Leute, also wird auf jeden Fall nicht nice Und, okay, diese Lackablogs sind geil Erik, hast du irgendwas Gutes? Ich will nicht, dass du was Gutes hast Oh, ich hab bis jetzt Ich hab erstmal hier eine Pyramide Ich hab schon Helm und Schuhe Helm und Schuhe, oh mein Gott Oh Gott, oh, was passiert Es ist einfach Team T explodiert hier Was ist denn hier schon wieder los, Leute? Das kann doch echt nicht sein Oh mein Gott, okay Ja, Diamanten Oh, ich bin explodiert Okay, okay, okay Oh Gott Danke an dich, Erik Ich begrüße dich Dankeschön Danke sehr Und was ich sagen wollte Heute eine kurze Ansage Heute Abend um 17.45 Uhr glaube ich Bin ich bei Kika bei einem Livestream vorbei Also von Kika ist es quasi produziert Oh mein Gott Und da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen Der Link ist in der Beschreibung Da spielen wir dann so ein Spiel Und ich bin jetzt mit Schwer quasi dabei Redet ein bisschen so über mich und so vielleicht Und joa wird auf jeden Fall nice Deswegen schaltet auf jeden Fall ein Dass auch ein paar Abonnenten von mir da am Start sind Und nicht nur so, ähm Die mich nicht kennen Deswegen schaltet ein Okay, jetzt geht es aber weiter hier Ich brauche die Lucky Blocks Erik Ich brauche sie sehr stark Und irgendeine Spinne hat mich getötet Was geht denn hier nicht mehr fit? Das kann auch nicht sein Die Runde ist ein bisschen an Lucky, muss ich sagen Also viele Mobs und so Der kam was im Crimson Cutter Oh Gott Oh Gott Bacon Overlord Bacon Overlord Bacon Overlord wie beim Frühstück, sag ich mal Ist natürlich auch am Start Gehen Tag zu Bacon Overlord Ah Es kommt ein TT vom Himmel und ich erschrecke Keiner Typ auf jeden Fall Geiler Renner Renner Oh, die OP-Pizza Eeeh Oh nein Hey, Baby Warum hast du hier noch in die OP-Pizza, Alter? I wanna know If you be my girl Ja, du bist ein Girl, Eric Okay, nein Okay, alles klar Alles klar, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir Was, ich komme zweimal hintereinander spinn Geil 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 Wie viele Minuten haben wir denn überhaupt noch? Oh, es ist nur noch eineinhalb Minuten Oh Gott Oh nein, oh nein, oh nein Ich brenne Ich brenne Okay, aus Emeralds kann man auch was craften, ne? Das ist schon mal gut Ich bin kaputtgebrannt Ja, aus Emeralds kann man auch was craften, das ist vollkommen richtig, Eric Ich bin kaputtgebrannt Ich ziehe an Okay Echt, habe ich das gesagt? Ja, nicht dumm Nein, das hast du vor zehn Sekunden gesagt Echt, habe ich das gesagt? Da war ich leider, äh, nicht so bei mir, sag ich Oh, Anlache Villager Ah, das warst du nicht beide Anlache Villager, richtiger Fame, sag ich mal Eigentlich müsste man so einen wieder in die Hölle schicken, wie bei der letzten, äh, beim letzten Battle Oh Gott, Alter, ein riesen Standbild war grad bei mir Oh Oh Gott Wenn ich von Hölle spreche, kommt gleich irgendwie so ein Höllengeräusch hier Oh Gott, Alter, es ist letzte Minute nur noch Was? 35 Sekunden, Alter, nein Das kannst du mir doch nicht verzählen, du Herr Oh Gott, ich bin in so ein Loch gefallen hier Ich brauche Essen, die brauche ich nicht ganz Oh Okay, okay, die letzte halbe Minute jetzt hier Oh Gott, nein Oh Gott, das ist immer so mittendrin so Standbilder manchmal Oh, ich habe eine Oh, okay, okay Mini Teen Teen Ah, das ist einfach nur ein Kopfthema verziehen Ja, auch geil Oh nein, Monster Oh Gott, ich brauche noch Ich brauche noch gute Sachen, komm schon Irgendwas, gute Oh, TNT, nein Nein, ist dran Oh Gott Nein, jetzt habe ich auch noch mein Zmaragd rausgeschmissen, ich dumm Kopf Oh nein Oh Gott, hier kommt noch mal TNT Ey, die Zeit ist abgelaufen, ich konnte den letzten 3 Sekunden gar nichts machen, ich bin nur gestorben Alter Ist die Zeit abgelaufen Oh mein Gott Oder komm, wir machen, wir hängen noch eine Minute dran, eine Minute hängen wir noch dran, oder? Okay, warte, warte, ich muss mich kurz killen So Alter, ich habe gerade eben aus dem Zmaragd rausgeschmissen, das ist auch nicht so klug Achso, ich habe 48 Mark Ja gut, das ist auch egal Okay Dann habe ich eh schon genug Okay Gut, dann die letzte Minute und die Extraminute geht los Okay Los gehts! Flame des Mage Boots Yes, man Yes Ultimate Boot Oh Achso Das ist Venom Bob, den muss ich killen, der hat ein gutes Schwert Oh no Ich bin tot Ich bin tot Das ist natürlich auch sensationell Das hat nicht so geklappt Oh Lucky Horse Ich habe meine Vorstellung entsprochen Sag ich jetzt mal Okay Irgendwie, ich brauche Bitteschön Bitte, komm ich muss hier hoch Oh Gott Oh Gott Oh nein Oh nein, hier ist Bob Okay, warte, ich töte mal diesen Venom-Mann hier Oh ja, oh nein Ich glaube Oh Gott Er stirbt nicht Er will nicht Er will nicht sterben Er will nicht sterben Ich glaube, der ist unbesiegbar Okay, jetzt schnell noch ein paar Lucky Blocks öffnen Los gehts Oh Gott, hier ist ein Elemente ausgekommen Oh nein, hier ist ein Nummer von Bunnikopf Oh, nur noch 15 Sekunden Ich brauche noch gute Sachen Los gehts Oh, Tierrüstung Lucky Blocks Komm schon, ich brauche noch etwas Gutes Bitte, helft mir Nein Oh, ich bin in den Luftraum Was? Ich bin einfach kaputt gegangen Oh nein Und die Zeit ist wieder abgelaufen Nein Oh Gott, okay Alter Komm, dann war es das jetzt Alter Schwede Okay, ich konnte aber auch nicht so viel essen Ich habe aber übergute Sachen eigentlich bekommen, muss ich sagen Also ich habe die OP Pizza Schmaragde Und eigentlich richtig gute Sachen Und eine Troll Potion Okay, die ist eigentlich gar nicht mal so gut Muss ich sagen Okay, komm, dann richte ich mich jetzt noch aus Ich weiß Ich glaube, die Maragd-Helm ist besser als die normale Rüstung, oder? Als dir? Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Glaube schon Naja, klar So, okay Aber du meinst halt ein bisschen verzaubert Aber ich glaube, die ist Maragd-Helm trotzdem besser Okay, so, das ist Maragd-Helm Dann mache ich mir noch eine Hose Und dann war es das mit der Ausrüstung Mit dem Mit dem guten Wetter sag ich mach ja Okay, wollen wir uns mal woanders Battle anstatt in der Arena Das sind irgendwie Lucky Blocks nicht, dass wir die einfach mit einem Battle abbauen Das wäre aber lustig Hihihihi Alter Schwede, guck mal Neu Alter, was geht hier mit der Map ab Okay, komm, wir gehen doch in die Arena, sieht irgendwie cool aus okay das ist ein bisschen bei mir geht es bei mir längst nicht okay okay da würde ich sagen bist du bereit erik okay soll ich muss noch mal ganz kurz gucken welche rüstung ich anziehe aber sonst ich hab gar nichts alter ich habe auch op-gott apple wollen wir die benutzen oder nicht sagen nee oder das battle einfach zu lang leute also nicht dass dass ich das nicht benutzen will sondern weil das battle halt 500 jahre dauert und das wäre natürlich auch nicht so nice ich schütte mir mal ganz kurz den stick wenn das erlaubt ist okay jetzt geht es weiter los geht's erik bist du bereit bis zum battle ich mache mir jetzt nur kurz ne rosa und jetzt geht es hier los okay okay ich bin bereit leute jetzt schreibt rein wer gewinnt dieses battle wer gewinnt es wer gewinnt es und schreibt mal rein was ihr noch so wollen sehen wollt beim lucky box also habt ihr noch irgendwelche vorstöge was man mit lucky box anfangen könnte schreibt ihr auf jeden fall mal gerne rein wenn ihr noch was ist das denn was ist das denn das habe ich aus dem lucky block bekommen geh mal hier hoch hey das ist ein lockback hacker hacker doch mal hier nicht oh yeah oh gott haha wie geil das alles sagt kurz warte kommt es war jetzt nicht so erfolgreich warte kurz ich baue dich raus da gut danke sehr jetzt fliegt ruhig aber jetzt hier mit dem parachute alles klar ja geil hat gut geklappt okay jetzt geht's los 3 2 1 das battle beginnt okay hier noch mal ganz kurz und los jetzt da habe ich oh no alter du kannst mich einfach aus fünf Jahren Entfernung balalala 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 ich habe richtig gute rüstung ich habe nur 10 achso ich habe gar nicht weil meine proportion kommen diese mits zu erreichen ich habe einfach nur zehn andere schaden aber die trotzdem übel gut ich habe mich trotzdem kaputt geschlagen okay kommt noch mal eine runde vielleicht ist auch nur bei 189 1 1 auf 1 9 9 bis neben einem anderen wachsen nicht funktionieren ok weiter geht es jetzt hier es während wir erst mal mit den ländern dann hier ach so ich muss mal das effekt aber ich habe eh eine neue pizza ok ich trinke mal den troll potion oh no schwelligkeit und übelkeit geil ok Eric oh gott und dann bist ja schon beglejusten oh gott nein Mein Leben wird beendet sein. Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Ich laufe die ganze Zeit zu dir, aber du läufst dann weg. Da bist du. Oh nein, jetzt bist du hinter mir. Ich will auch nicht auf den Boden. Stieb. Und? Stieb doch bitte. Alter, stieb du bitte. Nein, okay, jetzt muss die OP-Fürze reinkommen. Jetzt muss es reichen hier. Oh nein, nein, nein. Ich hab irgendwie keine Potion. Keine einzige Potion, Alter. Da bist du. Da bist du. Alter, du bist irgendwie so unberechenbar. Man kann irgendwie sich gar nicht auf das Battle vorbereiten. Was ist denn mit dir los, Erich? Du machst doch nicht. Bei mir ein bisschen lag ist das bei dir gar nicht so. Bei mir, ich hab ganz normal die FPS. Okay, dann gehen wir für dich ein bisschen woanders hin. Das letzte Battle. Okay. Okay, das ist jetzt das entscheidendste Battle aller Zeiten, okay? Gehen wir jetzt hier in die Flat-Welt, okay? Okay. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh Gott, Alter, sind das hier viele Lucky Vlogs. Ich muss irgendwie in letzter Zeit immer die ganze Zeit Indiana Jones Musik singen. Tut mir leid, Leute. Es tut mir sehr leid. Warum sind hier übrigens überall Fackeln? Also ich glaub, da muss es sein. Ich weiß auch nicht, warum überall Fackeln platziert wurden. Ich hab das nicht gemacht. Sorry, Leute. Ich halte mich da vollständig drauf. Ich entschuldige mich dafür, obwohl ich nicht dafür kann. Okay, tippe ich mal zu mir, Junge. Achso, okay. Ich bin auch hier. Tippe dich zu mir. Oh, ich hab auszusehen mich wieder in den Spar geformtet. Okay, diesmal ohne Schnelligkeit, okay? Okay, einfach nur ein ganz normales Battle. Okay, ganz normales Battle, okay? Drei, zwei, eins. Quick, Comfort, Sam, Crimson, Cutter. Los geht's. Okay. Oh nein, das ist Verbrennung, Alter. Oh, der ist aber besser Rüstung. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, eineinhalb Herzen, Alter. Ach, shit. Du hast die bessere Rüstung, das ist diese Mech-Rüstung, gell? Oh ja. Mech-Rüstung ist auf jeden Fall besser als Emerald. Das haben wir damals schon mal rausgefunden. Ja, die ist natürlich okay. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, die letzte Battle, jeder nimmt eine Troll-Potion. Okay? Oh no, okay. Und je nachdem, wer bessere Sachen hat, quasi, hat gewonnen. Okay, drei, zwei, eins. Random-Effects, okay. Gönn dir. Und? Ich hab gute Sachen bekommen. Ich hab Schnelligkeit und Stärke. Ja, ich auch. Was? Shit, wir beide das Gleiche. Oh, ich muss nah an dir dran sein, weil dann kannst du mich, glaube ich, nicht schlagen. Äh, doch. Dann kann ich dich doch schlagen. Oh, oh ja. Das muss eigentlich für mich ausgehen hier. Besser getroffen bis dato, sag ich mal. Hast du gar keinen Schaden? Äh, oder krieg ich gar keinen, äh, kriegst du gar keinen Schaden? Nee. Nee, du nicht? Ich krieg keinen Schaden. Aber ich hab auch irgendwie Resistenz wieder. Jetzt kriegst du die Schelle. Scheißegal, ob du keinen Schaden bekommst. Ja, warte, warte. Ich, äh. Ich mach mal Effekt clear. Und dann machen wir einfach ganz normales Battle. Okay, und weiter geht's. Und los geht's. Oh nein. Boah. Das war nice. Oh Gott. Alter. Oh shit. Hast du Schaden bekommen wir durch? Oh ja. Bam. Oh ja. Oh ja. Ich weiß gar nicht, was ich da werfe, aber ich werfe es einfach. Oh Gott. Ich glaube, meine, das ist nicht so effektiv. Oh shit, das ist echt effektiv. Oh Gott, ein Creeper ist explodiert. Alter Schwede. Drawing Stars. Oh, komm schon. Nein. Mein Leben war fast beendet gerade. Bam. Komm schon. Nicht mit den Dingern. Bam, 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 bam. Oh Gott. Oh, jetzt aber, komm. Oh nein, oh nein. Nein, weg von mir. Jetzt muss ich den letzten Hit geben. Oh nein. Nein, nein, nein. Ja, komm, komm, komm. Nein. Wie viel Leben hattest du noch? Ja, ich hatte noch fast voll. Ach so, okay, diese. Okay, die Rüstung ist auf jeden Fall, ist ja auch aus dem Astraler geblockt. Ist natürlich auch nice. Ich habe jetzt andere Rüstungen angezogen. Ich habe jetzt hier die Mage-Rüstung. Cool, die ist aber auch aus dem Astraler, ne? Ja, ja, die ist auch richtig cool. Also die Astraler geblockt, so ist auf jeden Fall richtig nice. Also, ich würde einfach mal sagen, es war auf jeden Fall wieder ein richtig geiles Battle hier. Luckybox-Filling ist immer richtig nice. Hat Spaß gemacht, da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall Like da, schreibt mal eure Lieblingsmaps rein, die wir mal ersetzen sollen durch Luckybox zum Beispiel die Sponsor-Mob- Oder irgendwelche Serien-Maps, ne? Genau, Sponsor-Map wollten wir mal wieder machen oder Kronk-Map oder so. Wäre auf jeden Fall nice. Lasst auf jeden Fall ein Like dafür da. Ich würde sagen, wir schaffen auch bestimmt 3000 Likes hier auf das Video. Schaut bei Eric vorbei, abonniert den jungen Mann, da haben wir nämlich auch eine Luckybox-Filling aufgenommen und gemacht. Abonniert natürlich auch mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut in der Play ist dabei, folgt mir auf Instagram, Snapchat und Twitter. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Schaut in der Play ist, wie gesagt. Heute um 18 Uhr bin ich bei Kika am Start, da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und um 14.30 Uhr kommt noch ein weiteres Video. Deswegen schaut auf jeden Fall auch vorbei, Minecraft Exodus. Und dann würde ich sagen, war alles das. Dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Ey, Baby, danke ich mal. Okay, ciao Leute. Jo, wow. Ciao, ciao.